Einer der Moderatoren hat einfach sich beim letzten Stream gedacht, ja komm, random bannen wir mal irgendwelche Typen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Minigames. Heute streamen wir mal Bad Wars auf dem ComaD.net-Server. Und ja, auf jeden Fall werde ich mir jetzt erstmal hier Blöcke holen und danach werde ich mir jetzt ein paar bisschen Ausrüstung holen und dann werde ich mich zum nächsten Gegner hinbauen. Aber bevor ich das Ganze mache, werde ich noch ein paar kleine Dinge ansprechen. Zum einen wollte ich euch nur sagen, dass ich auf meinem Twitch ja ein paar Moderatoren habe und einer der Moderatoren hat einfach sich beim letzten Stream gedacht, ja komm, random bannen wir mal irgendwelche Typen. Und wenn ihr einfach mal auf meinem Twitch gebannt seid, guckt einfach mal unten, klickt einfach mal unten auf den Link in der Videobeschreibung, packt mal mein Twitch rein und schaut mal, ob ihr gebannt seid. Keine Ahnung, ob ihr das irgendwie seht, wenn ich das nächste Mal streame, ob ihr den Stream angucken könnt. Aber egal, auf jeden Fall, wenn ihr gebannt habt und das schon gemerkt habt, dann schreibt mir bitte das in die Kommentare oder schreibt mir die YouTube ein oder schreibt mir das bei Skype. Dann anwande ich euch, einfach auch in Twitch nach mir dann schreiben. Und ja, das nächste, was ich hier jetzt mal machen werde, ist erstmal so, das schließen. Bäm. Und das nächste, was ich machen werde, ist mich gleich mal zum Typen da hinten bauen. Nämlich zu dem da hinten bauen, oder soll ich mich? Ich weiß es nicht, der AFK. Ne, der kauft sich da was. Okay. Wollte schon sagen, dass er AFK ist, aber ist er nicht. Sehr gut, dass ich das jetzt machen werde, ist mich einfach hinten rum zu dem Typen hinbauen. Und hoffen, dass er mich nicht bemerkt, denn wenn er mich bemerkt, dann bin ich am ARK. Oh, ich werde von Tim Schwarz wurde schon zerstört, das ist natürlich nicht so schön. Egal, auf jeden Fall werde ich mich darüber bauen. Und wenn er sich fragt, hey, was ist das für ein cooles Textpack, was ich hier gerade benutze? Das Textpack ist ein Kastenpack, was ich mir vorhin einfach mal so erstellt habe, so ganz schnell. Ah, okay, da hinten denkt jetzt auch schon, ja gut, ich komme gleich zu ihm hin. Aber ich werde, der hat jetzt schon Gold und schießt mich runter, kann das sein? Ich weiß es nicht. Ich weiß es doch nicht. Ich möchte mich, dass er mich runter schießt, das wäre nicht so schön. Komm schon, noch ein bisschen mehr bauen. So. Der Bogen. Ich weiß, der Bogen sich hoch. Okay, ich kann mich auch aufbauen. Das ist jetzt nicht mein Problem, dass ich mich nicht hochbauen kann. Na komm. So, so und so. Okay. Ich habe auch keine Spitzhacke. Okay, so. Dann geht es hier runter und dann geht es da hin. Und dann werde ich ihn töten. Ja, nice. Mir schnell eine Spitzhacke kaufen. Wo sponsst du denn, mein Freund? Ach, ich brauche jetzt mal sein Bett ab. Es ist schon abgebaut, das ist natürlich praktisch. Okay, muss ich das nicht machen, wenn er schon anders gemacht hat. Ja gut, da hätte ich mir jetzt erstmal hier Steak holen, ein bisschen was essen. Und ja, was würde ich weiterhin machen? Ich glaube, was würde ich jetzt machen? Ich weiß nicht, was ich machen möchte. Was soll ich denn tun? Ich wollte mir eigentlich noch... In der Rettungsplattform kann man doch nur mit Goldkaufmotor. Glaube ich. Was ist das hier? Eine Sophia. Okay, weil ich eine Sophia gleich mal losschicken. Irgendwann. Und jetzt einfach pink. Hallo pink. Na du? Pink. Der Lümmel einfach... Denkt er sich auch einfach so... Dass er mich mit seinem Stock da töten kann. Mit seinem kleinen Knüppel. Nix da. Das schafft er nicht. Wenn er wieder zu mir kommt, ich weiß es nicht. Ich werde jetzt einfach schnell mich zu ihm hin... Zu ihm hinrennen und versuchen ihn zu töten. Dann habe ich keine Ausrüstung. Schnell, schnell ihn töten. Ja doch, er hat Ausrüstung. Aber ich kann ihn runterschlagen. Nice. Das heißt, ich werde mich gleich mal hier bei ihm reinbauen. Geht kaputt. So. Dann sein Bett abbauen. Ist er weggerannt? Wo bist du hin, mein Freund? Ist er weg? Ne, der ist hier drinnen. Jetzt mal noch hier auf der Seite. Bist du das hier unten? Ich kann auch sneaken. Du. Kleiner Lümmel. So, er ist runtergefallen. Okay. So. Eine Sophia habe ich noch. Ich weiß, dass ich die jetzt schon mal losschicken. Ich weiß nicht, wohin. Ich bin auch mal in die Mitte oder so. Und da hinten baut sich einfach einer hoch. Hm, wie machen wir das? Ich glaube, wir werden uns einfach erst mal ein paar Blöcke kaufen. So. Bam. Ich habe nicht genug Blöcke, warum komme ich mir schon wieder Blöcke? Es ist egal. Ich werde mich jetzt hier hoch stacken. So. Dann mich hier hoch bauen. Dann hier lang gehen. Und dann mich darüber stacken. Und irgendwie versuchen zumindest, mich dahin zu stacken. So. So. Bam. 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 Und ja, wie gesagt, das ist das Einzige, was ich noch in diesem Video ansprechen wollte. Warum ich hier auch gerade so ein Bad Wars spiele, ist, dass, ja, das mit meinem, ähm, wie heißt es denn, mit meinem Twitch-Channel, dass da ganz viele Leute irgendwie gebannt wurden. In meinem Stream hat ja auch einmal, auf einmal auch irgendwie null Zuschauer und so. Aber egal, der Typ, der das gemacht hat, der das auch bei mir entschuldigt, dachte, ja, man kann die einfach ganz easy danach anbannen. Aber das geht nicht. Und, naja, auf jeden Fall hat jetzt kein Mod mehr und passt alles. Nur müssen wir dann sagen, dass ihr, äh, da gebannt seid. Oh, das ist hier noch ein Bett. Ich weiß es gar nicht. Nee, das ist gar kein Bett mehr. Okay, das Bett von Team Gabe wollte auch zerstört. Es lebt nur noch rot. Meins lebt auch noch. Ja, ich bin turkisch, gut. Ich habe mein Bett, glaube ich, gar nicht zugebaut. Aber egal. Ja, brauche ich ein Bett zu bauen. Man kann auch einfach Leute rushen, ja. Äh, hat der sich hier so eine Treppe runtergebaut, oder was? Ja, hat der. Okay. Und ich nehme auch gerade zum ersten Mal wieder auf meinem alten Laptop-Bildschirm auf. Deshalb sollte das Bild auch irgendwie etwas anders sein. Da gibt es hier ganz viel Zeug. Ja, lebt das Bett hier noch. Ja, lebt noch. Das Bett von Team Rote habe ich jetzt abgebaut. Oder lieber rote Typ ist, weiß ich jetzt nicht. Aber ich werde mir erstmal eine bessere Chess-Belt holen. Äh, so. Ey, mein Bett lebt nur noch als Einziges. Und meins ist gar nicht zugebaut. Also ist schon eine gute Taktik, dass man sein Bett nicht zu baut. Müsst ihr echt lernen. Also einfach euer Bett nie zu bauen. Dann passt das. Äh, ich reine jetzt einfach mal hier rüber. So. Und dann baue ich mich hier runter. Kann ich mich hier runter bauen? Ja. Okay. Weil dann gehe ich kurz in die Mitte, um mir Gold zu holen. Vielleicht ist da ja auch jemand in der Mitte. Und erwartet mich schon. Und möchte mich töten. Nee, ist keiner. Gut. Dann kann ich mir hier mal das Gold mitnehmen. Bam, 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 bam. So. Nice. Und wie gesagt, wenn euch das Pack hier gefällt. Können wir mal in die Kommentare schauen, ob euch das Pack gefällt. Dann werde ich es releasen. Alter, buh. Habe ich mich gerade, Alter. Ich habe mich gerade richtig erschrocken. Weil ich dachte, ich fahre runter. So glücklich war das nicht der Fall. Wer lebt denn hier überhaupt noch? Äh, vier Stück nehmen wir noch. Also mit mir sind es vier. Und ich habe 13 Gold. Das heißt, ich kaufe aber schön den besten Bogen, den es gibt. Oder? Nee, nee. Ich kaufe mir den schwächsten Bogen und kaufe dazu noch die Rettungsplattform. Zwei Stück. So. Damit ich, falls ich herunterfalle, nicht gleich sterbe. Das wäre echt ärgerlich sonst. Das hätten wir. Ja, das hätten ist einer. Ich glaube. Ich gehe mal dahin und besuche den jungen Mann mal. Mal schauen, was der Junge da macht. Was machst du denn hier? Deiner Boy. Du chillst hier auch deine Base. Okay, Entschuldigung, dass ich gerade so scheiße gespielt habe. Aber ich habe so ein paar FPS-Einbrüche. Das ist richtig komisch. Kann dir bitte einen Kommentar schreiben, ob ihr irgendwas kennt. Oder irgendein Programm, mit dem man die FPS-Stabilisierung hat. Sodass sie nicht mehr droppen. Oder irgendwie was anderes. Irgendeinen Tipp geben mir, was ich machen kann. Und ich werde erst mal hier warten. Ah, mein Bett wurde jetzt auch abgebaut. Das heißt, ich darf jetzt erst mal nicht mehr sterben. Aber das macht mir erst mal nichts. Und ich werde mir jetzt erst mal hier einen schönen Trank kaufen. Und zwar ein Healtrank. So. Da soll ich was essen. So, mein Inventalschaut zwar nicht so toll. Das ist erst mal zugemüllt. Aber das stört mich jetzt irgendwie auch nicht. Ich habe hier einen Bogen. Mit diesem Bogen werde ich mir Leute töten. Sonst versuche ich, irgendwelche Leute zu töten. Erstmal werde ich mir noch ein paar andere Sachen kaufen. Und zwar kann ich doch hier irgendwelche Tränke kaufen. Genau. So, Speed werde ich mir nochmal holen. Dann werde ich mir nochmal einen anderen Trank kaufen. So, dann habe ich zwei Tränke. Und Fire Contify muss ich nicht in die Hotbar tun. Dann kann ich die paar Blöcke in die Hotbar tun. So, und dann gehe ich mal hier hinten lang. Das ist die Merke. Ich brauche eigentlich nur diese Spieler finden. Einer ist in der Mitte. Okay. Da hinten sehe ich ihn. Vielleicht kann ich ihn ja irgendwie treffen. Ah, nee. Oh, ich habe ihn sogar getroffen. Nice. Dann treffe ich ihn nochmal. So, an der G-Shot. Ah, ein bisschen Hörzielen. Ist er da hinten? Alex, heb ab. Wahrscheinlich soll das heißen, dass die in Skypes einen Anruf annehmen soll. Und das wird wahrscheinlich das zu sein, dass die beiden teamen. Aber das lasse ich nicht zu. Sorry für die kleinen Cut. Gerade kamen meine Eltern mal wieder ins Zimmer. So einfach so. Und keine Ahnung. Ich werde jetzt einfach hier runterrennen und dann irgendwo in die Mitte versuchen zu laufen. Vielleicht werde ich auch abgeschossen von dem Typen, wenn der ein gutes Aim hat. Sehr gut. Okay. Ich habe einen Bogen. So. Ah, du, stopp. Das habe ich gehört. Okay. Und das würde ich mir nehmen erstmal. Ein Heilungstrank. Der eine ist jetzt schon mal gestorben, der andere ist in der Mitte. Ich weiß, der hat einen Bogen. Der hat einen Bogen. Okay. Ja, das ist eine kritische Angelegenheit, wie ich das machen soll. Ich könnte es einfach irgendwie drauf rushen oder was auch immer. Ja, das ist ziemlich komisch. Das ist ziemlich doof. Ein bisschen Dings hier reintun. Bronze. Ich werde das Ganze eh nicht mehr brauchen. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Gib mir einen Tipp. Los. Ich werde mir noch einen Healing Pot kaufen. Aber mehrere. So. Ich weiß nicht. Der kämpft, der wird das eh die ganze Zeit da kämpfen. So würde ich sagen, dass er das macht. Ich kann da jetzt nicht einfach so hinlaufen, weil er sammelt, dass ich sein Gold und wird damit glücklich. Was ich jetzt machen könnte, wenn ich versuche abzuschießen. Dann würde ich jetzt in die Mitte laufen. Guck da, der Bogen. Versucht er mich abzuschießen. Das ist ja nicht so schön. An dieser bisschen bauen. Wie der Schweining der Baumeister. Wenn ich Bob der Baum hat, bin Schweining der Baumeister. So. Ich wollte mir so eine kleine Festung hin. Da liebe Hartkopie, PRD, aka Bertha, aka Dagi, aka keine Ahnung was. Weiß man, was ich jetzt hier veranstalten werde. Nein, ich würde so eine große Festung werden. Vielleicht so ein bisschen, damit er ein bisschen eingeschüchtert ist von mir. So. Ja gut, ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Ich könnte mir, ich spawnte auch kein Gold, weil ich könnte auch einfach, ich weiß nicht. Ich glaube, ich werde mir einfach ein bisschen Eisen mehr, ein bisschen mehr Eisen hier gönnen. Wie ist das Eisen, oder? Gönne ich mir ein bisschen mehr Eisen, gönne ich mir ein paar mehr Tränke und dann kann ich, äh, mich mit Rettungsplattform ausdingsen und dann einfach versuchen, in die Mitte da so hinzukommen. Äh, erst ein paar mehr Tränke. Oh, hier gibt es auch hier den 2. Okay. Äh, Speed dobe ich mir auch nochmal ein. Cool. Was gibt es hier noch Schönes? Nur Stärke. Ja gut. Versuche ich einfach jetzt mal mein Glück. Ist das eigentlich das erste Schwert, oder ist das nur das erste Schwert? Ich hoffe, ich mache mal ein besseres Schwert, ey. So, hole ich mir das. Bam. Und ja, dann versuche ich einfach mal mein Glück. Ah, ja, fällt es runter? Ne, fällt er nicht. Sehr gut. Kritische Angelegenheit. Ah, ich habe ihn nochmal getroffen, nice. Nochmal getroffen, nice. Und er fällt runter, ja. Oh mein Gott. GG. Ja gut, das war es jetzt von der Bad Wars-Runde. Eigentlich wollte ich, äh, dieses Video nur um ein kleines Ansprechungsvideo machen. Das sollte eigentlich nur so ein kleines Ankündigungsvideo sein. Es sollte nur ein kleines Infovideo, kein Ankündigungsvideo, ein Infovideo sollte es sein. Weil ja ganz viele Leute anscheinend auf meinen Twitch-Channel gebannt worden. Also wenn du betroffen bist davon und gebannt wurdest, dann kannst du mir mal Bescheid sagen und dann werde ich dich entbannen. Und ja, ich würde sagen, wenn euch dieser Spielmodus gefallen hat, also wenn euch dieses Video gefallen hat, würde ich mich sehr über eine positive Bewertung freuen. Und ja, dann würde ich sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal. Und vergesst bitte nicht in die Kommentare zu schreiben, welchen Spiel muss ich als nächstes spielen soll. Und ja, dann würde ich sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal und bye. Tschüss, bis zum nächsten Mal.